Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden ihre erste Reise nach New York City seit ihrer beinahe katastrophalen zweistündigen Verfolgungsjagd mit Paparazzi im letzten Mai unternehmen. Der Sprecher des Paares sagte, diese unerbittliche Verfolgung, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren beinahe Kollisionen mit anderen Fahrern auf der Straße. Sie fügten hinzu, obwohl sie mehrmals von uniformierten Polizisten konfrontiert wurden, setzten die Autos der Paparazzi ihre Verfolgung fort, um den Sussexes und Doria zu der privaten Residenz zu folgen, in der sie untergebracht waren. Obwohl das Dasein als öffentliche Figur ein gewisses Maß an Interesse von der Öffentlichkeit mit sich bringt, sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem geschehen. Nun werden Prinz Harry, 39, und Meghan Markle, 42, am Dienstag, den 10. Oktober, Manhattan besuchen, um an der ersten persönlichen Veranstaltung der Archwell Foundation anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit teilzunehmen. Die New Yorker sind jedoch nicht glücklich über diesen Nachricht, sie glauben, dass die inszenierte Verfolgungsjagd von Meghan und Harry im Mai den Ruf von New York stark beeinträchtigt hat. Ein Teil der Bevölkerung, einschließlich einiger Prominente, hat sich gegen die Rückkehr der Sussex in die Gegend ausgesprochen und gedroht zu protestieren, wenn das Paar zurückkehrt. Auch der ehemalige Leibwächter von Snoop Dogg äußerte gestern seine Meinung zur Verfolgungsjagd von Prinz Harry und Meghan Markle in New York während seiner Talkshow am Mittwoch. Der professionelle Ressler Tyrus, mit bürgerlichem Namen George Murdoch, der zuvor Leibwächter für Snoop Dogg war, behauptete, dass es inszeniert war. Er sagte, es klingt nach viel Lärm um nichts. Wenn es jemand anders gewesen wäre, fuhr er fort, sie wirkten immer so durstig. Sie trinken mehr Wasser. Es schien mir nicht so, als wäre es so großes Theater. Tyrus fügte hinzu, du bist in New York. Es wird überfüllt sein. Vielleicht sollte dein PR-Berater aufhören, Paparazzi anzurufen und ihnen zu sagen, wo du dich befindest, um in ein Taxi zu steigen und um die Ecke zurückzukommen. Es scheint albern. Ich habe gehört, dass Meghan und Harry von der Polizei gestoppt wurden, weil sie sich rücksichtslos verhalten und andere gefährden könnten, weshalb sie ein Taxi genommen haben. Ich denke, unsere Stadt sollte sie wegen falscher Angaben verklagen und für das verschwendete Geld oder die verschwendete Zeit für den Schutz. Diese Hochstapler werden in dieser Stadt nie wieder zu Mittag essen, fuhr er fort. Als wir mit Snoop waren und von Paparazzi angesprochen wurden, die sich nervös fühlten, wäre ich aus dem Taxi gestiegen und hätte sie konfrontiert und in der Regel ein Beispiel an einem Kameramann genommen, und der Rest wäre gefolgt. Also scheint es, als wäre es mehr inszeniert als alles andere. Auch Snoop Dogg stimmt mir zu. Und natürlich zu unserer Verfolgungsjagd in New York. Wo wart ihr 15 Kilometer pro Stunde unterwegs? Es ist New York. Du kannst dich nicht bewegen. Jetzt gibt es Aufnahmen von Meghans Einsteigen ins Taxi, und es ist nicht vor der Polizeiwache, wie berichtet wurde, sondern vor einer anderen Herz-Mit-Station. Was ist da los? Später nannte er Meghan selbstsüchtig und bezeichnete ihre Auszeichnung mit dem Women of Women Award als Tugend-Signalisierung. Dies kommt nachdem auch Pierce selbst die Situation in Frage gestellt hat und sagte, dass er etwas zynisch sei. Ich bin etwas zynisch in Bezug auf die Motive Alderson und den Zeitpunkt, sagte der Moderator, der bereits getwittert hatte, dass ihre Geschichte auseinanderfällt. So übertreiben immer, fügte er hinzu. Wie ein Sprecher der New Yorker Polizei in einer Erklärung am Mittwochabend, dem 16. Mai, sagte, die NYPD hat dem privaten Sicherheitsteam, das den Herzog und die Herzogin von Sussex schützte, geholfen. Es gab zahlreiche Fotografen, die den Transport herausfordernd gestaltet haben. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind sicher an ihrem Ziel angekommen, und es wurden keine Kollisionen, Vorladungen, Verletzungen oder Festnahmen gemeldet.